Also ich habe einmal ein Diverse Training mit begleitet und habe mich persönlich als Beispiel genommen und was sie an mir sehen, sollten sie erklären. Sie sollten sehen, was sehen sie an mir, was würden sie sagen, wer bin ich, wie würden sie mich charakterisieren und auch was finden sie, wenn sie mich nur sehen an dem was ich anhabe, an meinen Haaren, was finden sie gut, ist ja immer so ein schwieriger Begriff, aber was finden sie gut, was finden sie nicht gut und da kamen wirklich die wildesten Sachen raus. Also ich hatte wie heute komplett schwarz ohne rote Kette und dann hieß es so was wie, sie sind nicht gläubig und ich war total irritiert in dem Moment, weil das habe ich am wenigsten erwartet und dann habe ich halt nachgefragt, warum glauben sie, dass ich nicht gläubig bin, ja sie tragen ja nur schwarz und das war so, aha, okay und dann haben wir daran gearbeitet, da zu sagen, die Bilder, die man hat, woher kommen diese Bilder und was hat das eigentlich mit der Person zu tun, die einem jetzt gerade gegenüber sitzt, was hat das mit mir zu tun, dass sie glauben, dass Menschen, die komplett schwarz anziehen, nicht gläubig sind. Glaubt ihr, wenn ich deutsch? Da sagen viele, du siehst aber nicht so aus. Was glaubt ihr, wie soll ein deutsch aussehen? Du sprichst irgendwie doch gut deutsch. Aber deutsch? Bist du deutscher Staatsbürger, fragen sie mich. Spielt das eine Rolle? Ich komme aus der Türkei, meistens werde ich ja Ägypter, als Ägypter wahrgenommen, aber nie Italiener oder nie Franzose, Ägypter oder Perser sehr oft, die sagen, du bist Moslem und ich sage, ich lebe nicht unbedingt nach einer Religion, komme aus einer religiösen Gesellschaft, habe nur zwei Kinder, nicht vier, fünf, sechs, sieben, bin mit einer Frau verheiratet, habe kein Mercedes.